Fakten über Glamrock Chica, die ihr bestimmt noch nicht kennt. Wir können sagen, dass Chica extrem fürsorglich ist, denn sie hat ja einen Bowling-Ball in ihrem Zimmer, um sich an Bonnie zu erinnern. Und als Freddy hier seinen Absturz hat, ist sie als erstes bei ihm, wahrscheinlich um zu checken, ob alles in Ordnung ist oder so. Also Chica scheint sich echt um die anderen zu kümmern. Auch scheint der Hack von Vanny Chica am härtesten zu treffen, denn ihre Beine sind ständig am Zittern und außerdem weint sie auch. Und Chica hat eine andere Gitarre in der Hand, wie ihr hier seht, als auf ihrem Hologramm. Das hier ist eine ganz andere Gitarre. Warum? Und Chica versteckt einen Cupcake in ihrem Zimmer, vielleicht für schlechte Zeiten, falls sie nochmal Hunger bekommt. Das könnte sein.